Die extreme Hitze mit 40 Grad liegt erst einmal hinter uns, aber sie könnte in der neuen Woche ein Comeback feiern. Denn da steigen Temperaturen wieder weit über die 35-Grad-Marke. Spitzenwerte von 38 bis 40 Grad stehen da wieder im Raum. Und darauf folgen dann wohl wieder kräftige Gewitter und Unwetter. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es zum Start ins Wochenende. Da ziehen von West nach Ost Schauer und Gewitter durch. Vermutlich ist das Unwetterrisiko hier aber eher gering. Lokal kann es aber mal einen kräftigen Regenguss geben. Auch im Norden noch dichtere Wolken. Von Westen setzt sich aber zunehmend die Sonne durch. Im Süden hält sich auch die schwüle Belastung recht zäh. Die Temperaturen hochsommerlich bis heiß. Ein bisschen gedämpfter im Vergleich zu den Folgetagen haben wir nämlich noch 31 bis 33 Grad. Im Norden insgesamt recht angenehm bei 19 bis 27 Grad. Und am Sonntag kämpft sich die Hitze schon wieder zurück. Wir sehen entlang des Rheins verbreitet 31 bis 36 Grad. In der Spitze im Nordosten bleibt es noch am längsten angenehm. Und das Sonntagswetter kann sich auch sehen lassen. Die Naturfreude ist definitiv nicht. Die Trockenheit und Dürre werden sich verschärfen. Aber wir haben für die meisten viel Sonnenschein, wenige Wolken. Nur im Norden an den Küsten sind noch ein paar dichtere Wolkenfelder unterwegs. Dann neuer Hitzehöhepunkt wohl am Montag in der Osthälfte lange, sonnig und auch trocken. Hier dann 38 am Oberrhein, vielleicht auch bis zu 39 Grad. Dann kommen aber in den Nachmittagsstunden von Westen schon kräftige Schauer und teils auch unwetterartige Gewitter auf. Also der Montag, da wird es ordentlich zur Sache gehen. Aber dann wird wohl die größte Hitze ausgeräumt und wir können dann zumindest mal ein bisschen Sommerwetter draußen genießen. Am Dienstag nur noch maximal 31 Grad, am Mittwoch bis zu 30 Grad. Wir sehen aber, es ist noch leicht wechselhaft. Vermutlich kann man sich zum Beispiel auf den Donnerstag freuen. Wir sehen es hier angenehme Sommertemperaturen und verbreitet trockenes Wetter.